Herzlich Willkommen heute wieder zu einer neuen Midgard-Abenteurer-Vorstellung oder Abenteurer-Typen-Vorstellung. Ich bin der Dan und ihr lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Jetzt sofort. Ich warte kurz. Wunderbar. Ja, wir gucken uns heute eine neue Abenteurer-Klasse an. Und zwar aus dem Dunklen Mächte-Buch, wie wir sehen. Das ist ja die Erweiterung der finsteren und der dunklen Charaktere. Heute schauen wir uns einen Charakter an, der stark, sehr, sehr stark mit der Natur verbunden ist. Und den es natürlich auch in der lichten Version auf Midgard gibt. Und zwar, das ist der Dunkle Schamane. Der große Unterschied zwischen dem Dunklen Schamanen und dem Droiden in der Ausrichtung gegenüber ist, Das heißt, dass der Dunkle Schamane, ja, sagen wir mal, den Kulturen der zivilisierten Völker eher neutral gegenüber steht. Der Dunkle Droide ist ja sehr, sehr böse gegenüber und sieht sehr verächtlich auf sie herab und will gerne auch die Zivilisation zurücktreiben. Der Dunkle Schamane ist da eher neutral eingestellt, wenn die Menschen sich normal oder die, wenn sich die Völker normal der Natur gegenüber verhalten. Also kein Raubbau betreiben, nicht alles verdrecken, verpesten, keine Tiere übermäßig stark abschlachten, was auch immer. Also da ist der Dunkle Schamane doch ein wenig handzahmer als sein druidischer Kollege. Der Dunkle Schamane, den man hier kaum lesen kann, ich finde es fantastisch, wird mit Dunkler, also DSH abgekürzt und ist von der Anforderung her mittel. Also eigentlich würde ich sogar sagen, dass er, ja, er ist halt ein Zauberer, deswegen ist er bei mir schon, ja, meistens mittel anzusehen von der Spielbarkeit. Er wird später im Spiel unter Umständen auch schwer spielbar. Warum kommen wir später drauf? Der Dunkle Schamane ist ja häufig in unterentwickelteren Völkern zu Hause, ist da dann der Anführer eines Stammes, der Heilige, der Priester auch und, ja, der mit den Tieren spricht und den Toten geistern. Ähm, dementsprechend braucht er Zaubertalent, ähm, Gewandtheit ist ein Thema beim Dunklen Schamanen, weil er ja, wie gesagt, naturverbunden ist und Intelligenz. Völker, die den Dunklen Schamanen ausbilden, gibt's nicht, ne, also nur die Menschen, da taucht er aber überall auf, ähm, wo es Stammeskulturen gibt, ne. Ne, also ihr könnt den Dunklen Schamanen natürlich auch irgendwo im Dschungel spielen oder, naja, vielleicht sogar irgendwo in der Wüste, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne. Also rollenspieltechnisch ist da eigentlich, ist da vieles möglich. Typische Fertigkeiten sind beim Dunklen Schamanen Tierkunde und Überleben, äh, Überleben wie immer, Heimatregion, ne, das bedeutet, äh, je nachdem wo ihr herkommt, ist es dann Überleben Wüste oder Überleben Gebirge oder was auch immer. Ähm, ja, mal schauen, jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf die Lern, äh, Lernfelder, also da ist er, ähm, dem, ich glaube dem Schamanen auch recht ähnlich, der hat Alltag, der hat Wissen mit zwei, dann hat er körperliche Talente mit vier, ne, wie gesagt, ne, alles was in der Natur lebt, braucht sehr stark körperliche Talente. Er hat eine Sechser-Waffenspezialisierung, also so viel ist da auch nicht drin und wir wissen ja von den Schamanen, äh, dass die hauptsächlich Leder tragen und so weiter, also nix von wegen hier, ähm, Kettenrüstung oder sonstige Dinge, ja, und, ähm, Zauber, natürlich Dweomer-Zauber, das heißt also Natur- oder druidische Zauber und die Wundertaten sind durch Chaos-Wunder ersetzt, ne, ähm. Ja, da, äh, da wird es dann auch nochmal gleich was zu sagen geben, ähm, das habe ich nämlich, glaube ich, beim Priester, beim Chaos-Priester vergessen, aber der kommt ja später, der kommt ja später, der dunkle Schamane kommt ja früher, dann merkt es euch einfach beim dunklen, äh, beim Chaos-Priester mit dabei. Lernfokus, typischer Zauber ist enthemmen, ne, also enthemmen ist sowas, ähm, man kann Leute, die eh schon am, am Schlemmen sind oder am, am Feiern sind, dazu bringen, total extrem zu feiern, bis sie unter den Tisch sinken. Ähm, oder jemanden, der wütend ist, äh, zum Ausrasten bringen oder jemand, der, äh, jemanden anderen nicht mag, dazu bringen, ihn zu hassen, ähm, das ist so, kam mir so ein bisschen vor wie so Grimahl-Schlangenzunge, ne, so diese Einflüsterer, der, äh, die Ängste, ähm, von Theo Thread heißt er, glaube ich, der Anführer, oder? Weiß ich nicht, ne, Blödsinn, ich glaube, das ist er nicht, von den Rohitrim, ähm, Rohatrim, von Rohan, mein Gott, der ihn halt einflüstert, einflüstert, oder ist der Eodin? Ich bring's nicht mehr durcheinander, hab ewig kein Herr der Ringe mehr geguckt oder gelesen, ja, naja, aber auf jeden Fall, ja, aber ich spiel's im Moment, also wenn ihr Bock habt, mir, mehr, äh, mit mir auf die Reise zu gehen, ähm, nach Mittelerde, dann schaut mal, ähm, auf meinen, Let's Play-Kanal, unter dem Video findet ihr auch einen Link dazu, und, ähm, da spielen wir Herr der Ringe online, und, äh, erleben diese ganzen Dinge, und da werden wir sicher auch irgendwann nach Rohan kommen. Okay, ähm, dann gibt's noch Saar-Rauben, das ist auch ein fieser Spruch, also Saar steckt wohl in jedem lebendigen, äh, Wesen drin, das eine, mindestens eine tierische Intelligenz von 90 hat, das ist so ein bisschen die Lebenskraft, die Seele, und damit kann man einem Gegner auf Berührung, 2W6 AP, also Ausdauerpunkte, Aussaugen, also Lebenskraftentzug, also auch, äh, ja, eine witzige Sache auch, ähm, aber man muss halt dann auch denjenigen treffen, im Raufen unter Umständen, Obwohl ja Berührung schon reicht, ne, also, kommt immer ein bisschen drauf an, auf den Spielleiter, wie er das macht. So, sein Lernfokus ist auf Freiland, da hat er nämlich einen 10er, ähm, 10er Lernfeld, Freiland, Wissen hat er mit 20, Körper, Sozial 20, Alltag 20, also da kommt er schon ganz gut zurecht, das heißt, er kann schon ganz gut Fertigkeiten aufbauen, wo er halt überhaupt keine Begabung hat, ist Halbwelt, äh, Unterwelt und Waffen, ne, und Kampf auch nicht, da hat er einen 40er Preisschiene, ähm, Zauber, ne, da ist er bis auf finstere Magie, ist er überall mit dabei, zwischen 60 und 90, also überhaupt nicht gut, ist er in Erschaffen und in Formen, aber Verändern, Zerstören, Erkennen und Beherrschen, da ist er mit 60 eigentlich ganz gut dabei, aber sein Fokus liegt ja dann eher auf Tweomer und wilde Tweomer Zauber, die kann er nämlich beide beherrschen, die kosten ihm jeweils 60 und Chaos Wunder, die kann er auch mit 60, also er ist, was Zauber angeht, sehr breit aufgestellt, deswegen Anforderungen, Mittel bis schwer, es kommt auch noch belastend dazu, dass man halt einen großen Überblick braucht, eine Übersicht, vielleicht auch ein bisschen Spielerfahrung, was man wie gut einsetzen und kombinieren kann, aber das macht ja auch Spaß, das zu erkunden, man kann auch mal einen blöden Zauber wählen und vielleicht passt er auch mal nicht, ähm, kommt ja auch mal ein bisschen auf den Spielstil an, welche Zauber man gerne benutzt und welche nicht. Wollen wir mal zu den, zu den, äh, hier, zu den Besonderheiten, ähm, das habe ich ja eben schon erwähnt, er ist relativ neutral der Welt gegenüber eingestellt, äh, im Gegensatz zum dunklen Droiden, der da, ähm, ordentlich Rambazamba macht, dann haben wir die Aura finster ab Grad 11, denn er beschäftigt sich ja da mit sehr finsteren, dämonischen, ähm, ja, Totemgeistern, die ihm dann die Kraft geben, äh, seinen Stamm zu schützen und so weiter, und dann wird die Aura finster, aber erst ab Grad 11, ähm, gut, Grad 11 ist jetzt bei Midgard 5 nicht ganz so hoch, ne, wie früher, es ist schon, also man muss schon ordentlich, äh, Spielzeit reinstecken, um Grad 11 zu werden, aber, ähm, ja, bei Midgard, äh, 4, bei der älteren Version, ähm, ja, da wäre das viel, 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 viel schwerer gewesen, überhaupt erst dahin zu kommen, aber ich glaube, da war dann auch, ähm, die Anpassung, also da war dann, was weiß ich, was jetzt hier Grad 11 ist, äh, auf Midgard 5 oder M5, das war bei Midgard 4 dann, ich würde mal schätzen, Grad 8 oder so, ähm, ja, da wurden die, die Abstände zwischen den Graden ja höher. Ja, und dann halt die Besonderheit bei Chaos-Wundern, das gehört natürlich jetzt auch, ähm, zu allen Teilen, wo ich Chaos-Wunder anspreche, das heißt also auch beim Paktkrieger oder beim Priester Chaos, die auch Chaos-Wunder wirken können. Da diese Wunder Wunder sind, auch wenn sie vom Chaos stammen, haben sie eine göttliche Aura. Das bedeutet, wenn ihr diese Zauber anwendet, auf irgendeinen Gegenstand oder anwendet generell, und es kommt dann jemand vorbei und macht einen Check, dann hat er, außer wenn es anders im, äh, Dunkle Mächte vermerkt ist, eine göttliche Aura, also göttlich heißt in dem Fall auch nur, ähm, ja, es ist eine positive, eigentlich eine positive Ausstrahlung. Es gibt ein paar Chaos-Wunder, soweit ich mich jetzt erinnere, da ist es nicht so, ne, da ist der Ursprung nämlich nicht, äh, göttlich, sondern irgendwie finster oder schwarzmagisch oder sowas, dann hat das auch eine andere Aura, ne. Ich gucke gerade mal, ob ich, ob das stimmt, was ich sage, ich will es jetzt gerade nochmal hier, äh, Austreiben des Guten hat eine dämonische Aura, dementsprechend keine gute. Oder Bannen von Götterwerk hat eine schwarzmagische Aura, dann in dem Sinn. Ähm, und, äh, das ist dann natürlich was anderes, ne, aber die meisten haben eine göttliche Aura, das kann man dann schön nutzen, um seinen schwarzen Droiden, äh, seinen schwarzen Schamanen ein bisschen zu tarnen. So, mein Fazit, ähm, sehr vielfältig, was Magie angeht, sehr großer Magiefokus, ähm, mit der starken Aura, äh, mit der Aura ab Grad 11 und so weiter, da wird es dann auch ein bisschen tricky, den zu spielen, ähm, im Nahkampf natürlich keine Spezialisierung auf irgendeine Waffe, keine Spezialisierung auf irgendeine Zauberart, dafür ist er halt super breit und ich denke, dass ein dunkler Schamane so richtig zum Tragen kommt, natürlich, wenn er dann halt schon in die höheren Graden aufsteigt und, ähm, er sollte dann natürlich auch, ähm, Aura verbergen oder wie das heißt, lernen, ähm, ähm, das würde ihm auch dann helfen. Ja, ansonsten finde ich ihn, ja, passend, ähm, sehr, sehr breit gefächert, man kann viel damit machen, macht sich ja Laune, mal so einen dunklen Schamanen zu spielen. Ich würde persönlich eher den Fokus drauf setzen, jetzt zu sagen, okay, ich möchte, ähm, ich möchte den irgendwie in Kombination spielen, mit, äh, vielleicht auch irgendwie, ähm, es muss ja keine böse Gruppe sein, das kann ja eine graue Gruppe sein, dass man sagt, ich habe jetzt einen barbarischen, also ich habe einen Barbar dabei, ich habe einen Waldläufer dabei, also alle aus so einer gleichen, ähm, Kultur, habe einen dunklen Schamanen dabei, so ein bisschen als Anführer oder als, äh, ja, heiliger Mann mitlaufen, ähm, vielleicht irgendeinen, ähm, Händler aus einem anderen Land noch dazu, also so als, so ein bisschen, die, so ein bisschen als, als Gruppe so, dass man sagt, ja, die, die haben den angeheuert, den Händler, um sie mal, äh, in der Welt, äh, herzureisen lassen oder so, keine Ahnung, kann man sicher schön was machen. Okay, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen, wie gesagt, ähm, Daumen nach oben und Abo habt ihr euch schon da gelassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht's gut, Leute, und ciao! Ciao!